Initiative Niederösterreich, dem Land zuliebe. Als große Auftaktveranstaltung des Landtagswahlkampfes gestaltete sich der Empfang der Initiative Niederösterreich des Personenkomitees zur Wiederwahl von Landeshauptmann Erwin Preull. Wenn Sie sich hier oben sehen, was geht Ihnen durch den Kopf? Ja, ich bin wirklich sehr bewegt und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite deswegen, weil ich schon beim Hereingehen viele gesehen habe, die mich über viele Jahre oder mittlerweile, muss ich sagen, Jahrzehnte begleitet haben. Ihr Mann seit 20 Jahren, Landeshauptmann, seit 33 Jahren in der Regierung, ein Familienvater, den man wenig zu Hause gesehen hat. Ja, aber es sind einfach, bei uns sind Arbeitsteilungen und die Zeit, die mein Mann zu Hause ist, ist er dann wirklich zu Hause, was nicht bei allen Männern der Fall ist. Das kann er abschalten und da widmet er sich dann, also so wie früher den Kindern, jetzt auch der Großfamilie. Ich kenne unseren Landeshauptmann mittlerweile über 30 Jahre, habe ihn als Mensch und als Politiker in diesen 30 Jahren sehr gut kennenlernen können und auch schätzen gelernt. Wie fühlen Sie sich denn mit so einer Unterstützung? Ja, ich bin zunächst einmal sehr gerührt, weil ich viele hier gesehen habe, die mich schon über viele Jahre und Jahrzehnte begleiten, aber auch sehr, sehr viele dabei sind, die das erste Mal zu dieser Initiative kommen. Und das gibt natürlich unglaublich Kraft, denn ich brauche Ihnen nicht sagen. Es gibt natürlich im Laufe von Jahren sehr viele Höhen und Tiefen im politischen Leben, insbesondere wenn man ganz vorne steht. Und wenn man dann merkt, dass mit der Arbeit, die man versucht zu vollziehen, dann auch so viel Rückendeckung hat und so viel Kraft bekommt, insbesondere dann, wenn es wieder darauf ankommt, Nägel mit Köpfen zu machen, dann ist das auf der einen Seite eine kleine Bestätigung für einen selber, aber auf der anderen Seite auch viel Zuversicht für die weitere Entwicklung des Landes, denn wir brauchen am Weg in die nächsten Jahre unglaublich viel Kraft, Durchsetzungsfähigkeit, weil man schenkt uns nirgends etwas, weder in Österreich noch auf europäischer Ebene. Und was wir uns nicht selber durchsetzen, das ist verloren für uns. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten viel, viel aufgebaut. Und es ist natürlich schon mein Ehrgeiz, im Interesse der Entwicklung des Landes nichts mehr herzugeben, sondern im Gegenteil, auf das, was wir bis jetzt geschafft haben, weiterzubauen, weil wir da natürlich auch für die nächsten Generationen schon viel Gutes tun können. Nachdem ja wir auch fürs Land da sind und fürs Land eintreten, insbesondere dann, wenn uns die Bevölkerung das Land braucht, ist dem Land zuliebe ja nicht nur ein Slogan dieser Initiative, sondern ein Slogan für alle wichtigen Organisationen im Land und daher auch fürs Bundesheer. Warum es jetzt geht, ist ihnen nicht nur zu kennen und zu unternehmen, zu helfen, dass am Dritten die Entscheidung eine eindeutige ist, dass er den Weg, den er bisher gegangen ist, auch weitergehen kann. Mit möglichst wenig Kompromissen. Ja, wir hoffen natürlich das Beste, dass es wieder zu klaren Verhältnissen kommt und bleibt im Land Niederösterreich, unserem schönen Niederösterreich. Ich glaube, es ist hier sehr viel weitergegangen in die 20 Jahre. Und damit es auch noch einmal so bleibt für die nächsten Jahre, bitte stimmen Sie für Dr. Erwin Bröll.